Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeons & Dragons in Space Shootless. So, wir sind immer noch bei Dungeons & Dragons dran, noch nicht bei den Space Shootless, aber wir sind auf dem besten Weg und ich habe dort reingeladen, denn ich bin unterwegs gewesen, oder bin unterwegs, in der Pampa. Ich bin eine ganze Menge gelaufen, um euch ein paar Sachen zu zeigen, beziehungsweise um euch endlich mal ein wenig mehr Dungeons zu bieten und ich habe einiges gefunden. Ich habe hier ein Dungeon, das ist dieses Brickhouse Dungeon, daneben ist noch ein Dungeon, beziehungsweise ich glaube, die werden irgendwie zusammen. Wir haben hier irgendwo, da sind Dungeon, Dungeon, Pferdewiese, Schiff, nochmal von dem Environmental Dingsbums, hier ist noch so ein Ding, das habe ich gar nicht gesehen, aber was man von oben nicht so alles sieht, hier ist eine Drache und hier ist noch so ein Ding und da ist auch irgendwas und es könnten aber auch Pilze sein, muss nix. Oh, hier hinten dran schon wieder. Noch ein Schiff und hier hinten sind wir. So, weil hier ist nämlich eine Kiste und da wollte ich reingucken und dachte, ups, da ist ziemlich viel drin, deswegen nehme ich euch mit nachher heißt es, ich habe irgendwie wieder geschummelt, ja. Und ich habe unterwegs auch diesen Vitrilbaum gefunden und so, das ist der Hawk, der mich verfolgt irgendwie, warum auch immer. Keine Ahnung. Wir müssen kurz ein bisschen aufrufen. Wir haben hier eine Eisenschaufel und ein Dinges. Ich habe, oh genau, das war ein sehr witziger Zufall. Emeraldic Crystals, die wir noch übrigens sehr dringend brauchen werden und zum Glück gefunden haben, in einer Small Storage Crate, in einem großen Oakbaum. Das war da einfach drin, das und die beiden Lederteile, die zwei und was war noch drin? Ich glaube Knochen oder so. Mega geil. Mega geil. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen aufräumen hier und zwar können wir ein paar Sachen wegschmeißen. Das zum Beispiel können wir wegschmeißen. Das brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Das können wir benutzen. Das Inferium. Lemon würde ich gerne behalten. String kommt weg. So. Slime Balls und das kommt auf jeden Fall hier. Das bleibt weg. Das bleibt hier. Das muss auf jeden Fall mit. Das jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme es auch mit. Das nicht. Lederrüstung ist jetzt mal langsam vorbei. Ich habe Snowballs mitgebracht. Vielleicht reichen zwei Stacks auch. Cobblestone-Diversitäten. Das kommt mit. Das überlege ich mir noch. Das bleibt hier. Eisen würde ich gerne immer mitnehmen. Ich traue dem viel irgendwie nicht. Ja. Und jetzt das, was wir hier... Oh. Steak. Frostarmor. Noch mehr Eisen. Burger. Ich glaube... Oh, noch so ein Ding. Nice. Water brauche ich nicht. Bottle von Chanting. Ja. In Lurie. Alter, sind die laut. Ruhe. Mein Gott. Ähm. Wo ist mein... Da ist mein Schlafsack. Kurz was essen. Schnell hinlegen, bevor die Bösen kommen. Haha. Da liege ich im Schnee. So. Übrigens. Ich glaube... Also... So wie ich es gesehen habe, wurde der... Ähm... Ohr-Escavating-Mod doch wieder rausgekommen. Ich habe ihn jetzt wieder reingetan. Aber noch nicht richtig eingestellt. Also er funktioniert noch nicht. Aber nur zur Info. Es ist eine ganz schön dicke Wolke. So. Ich wollte... Genau. Nachdem ich das geplündet habe, wollte ich zurück zum zweiten Piratenschiff. Das ist dort unten. Das ist nämlich halb angefressen. Da ist nämlich ein Chunk irgendwie rausgeballert worden. Warum auch immer. Bei der Generierung anscheinend irgendwas schiefgelaufen. Und danach vielleicht das andere Piratenschiff, wenn wir dann wissen, wie das funktioniert. Natürlich sind da Spawner drin und bluten alles. Und den Loot konnte man bei dem einen Piratenschiff noch von außen sehen. Deswegen können wir das direkt mal plündern. Autsch. Ja. Was gibt es noch zu essen hier? Das will ich nicht essen. Das will ich essen. Vielleicht erst gleich, wenn wir angeschlagen wurden. Von den... Was auch immer wir finden werden. So. Jetzt gibt es ein bisschen Gummi hier. Ich will da endlich reingucken, weil ich habe jetzt... Ich bin jetzt viel drum herum gelaufen und habe mich noch nicht getraut reinzugucken, weil ich es mit euch zusammen machen wollte. Deswegen... Hier gibt es übrigens auch Ponys und Ziegen. Und lustige Kühe. Wir flecken. Und Kröten habe ich auch gefunden im Sumpf. Da waren... Oder im Magical Forest Rand. Da waren Kröten. Die waren auch süß. Hier ist ein Meteor. Den kriege ich nicht abgebaut, weil da brauche ich Kobalt-Level. Da müssen wir mal einen obsidialen Charboning-Kit auf unsere Picke draufpacken. Ach, du warst nur nicht richtig geladen, mein Freund. Ach, so schaut es also aus. Okay. Trotzdem weiß ich jetzt, wie du vom Inneren... Also, wie du innen aussiehst. Da ist nichts drin. Let the games begin. Barrel. Aha. Oh Gott. Da ist aber viel drin. Da ist verdammt viel drin. Oh Gott. Was mache ich damit alles? Ähm, Moment. Aussortieren. Äh, hups. Drei, eins. Zwo. Ähm. Ein angeschlagener Dingens. Oh gut, dann muss das nur mit Trevut hierbleiben. Dann bleibt das hier. Das bleibt... Ja, nun wieder. Warum verfolgt der mich? Ein Kuchen. Mmh. Rotterbucket? Was ist das für ein Ding? Ich glaube, die muss ich mal direkt zu mir nehmen, sonst habe ich gleich keinen Platz mehr dafür. Das ist ein Instant-Herz. Gottchen. Noch mehr Essen. Wow. Mhm. Das kann ich nicht essen. Das ist anscheinend doch nur Heilung. Bok, bok, bok. Kohle. Abfühl auf jeden Fall nicht. Da hoch. Hier ist wohl die Hölle los. Genau, wir könnten mal ganz kurz gucken. Hier ist direkt noch mehr Loot. Oh, das kann ich die Sachen teilweise wieder reintun. Das ist, äh, halt eine gute Idee. Hier ist gerade die Hölle los. Ich glaube, das lasse ich hier kurz. So wie... Das... Das... Holy shit. Die machen mega krach. Es tut mir leid. Es ist mega laut. Ähm. Alumide-Platte werde ich jetzt mal nicht brauchen. Stahl schon. Enori. Weiß ich nicht. Netter. Ja. Barrels. Mmh. Was hast du gegessen jetzt? Halt. Oh. Ähm. Lieber nicht. Oh, der ist krass. Das... Hoppala. Kann man sich echt hinsetzen? Cool. Cool, cool. Äh, will ich irgendwas mitnehmen? Gold. Ähm. Wow. Fuel efficiency. Unbreaking 2. Protection 2. Da sag ich nicht nein. 5 zu 1. 6. Ja. Bleibst du erstmal hier. Du bleibst hier. Kann ich nicht essen? So, einfach so? Nein, dann bleibst du kurz hier. Holy shit. So viel Krebskrams. Alter, Vater. Du bleibst hier. Ah, dich würde ich ungenieren lassen, aber ich kann nicht alles mitnehmen. Oh Gott. Kohle. Oh. Oh. Hm, das kann ich auch essen. Platinum. Das ist immer gut. Butter. Nein. No water. No water. Okay. Hallo. Oh. Vielleicht besser nicht. Da brennt irgendwer. So. Zum einen. Oh Gott. Stimmt noch mehr von dem Zeugs. Ein Diamant. Yay. Okay. Es wird Zeit, das hier zu lassen. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Die kommen mit. Das machen wir mal so. Okay. Das ist gut. Das bleibt hier. Diese lustigen. Was ist das denn für überhaupt? Für ein Ding. Ist das was zum Hinstellen? Ja. 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 Habe ich schon gedacht. Oh wow. Eine krasse Looting Bag. Meine Stiefel. Genau. Die wollte ich auch eben austauschen. Die bleiben dann hier. Zinn. Ja. Oh Gott. Es ist so viel. Das Backpack ist zu klein. Nein. Dann bleibt das Plush eben hier. Das bleibt. Das kommt mit. Ein Parrot will ich mitnehmen. Dann bleibt das hier. Das hier. Die bleiben hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das kommt mit. Die Barrels. Du kommst auf jeden Fall mit. Die ganzen Platten. Ähm. Ja. Du nicht. Oh man. Es ist so schwer sich zu entscheiden. Was man mitnimmt und was nicht. Huiuiuiui. Du schon mal nicht. Okay. Was ist hier drin? Ein Huhn. Ein Huhn. Du bist Quarz, ne? Sind das nur Stairs? Ich hoffe nicht. Das wäre ganz gut. Bock, Bock. Ein Huhn. Oh man. Du bist nur Stairs, ne? Oh. Schade. Quarz hätte ich gut gebrauchen können. Als Sharpness. Hallo. Ich glaube nicht. Also ich weiß. Hehehe. Ich weiß. Ich mache den Dungeon nie so. Och du Scheiße. Ist es euer Scheiß? Ach du heilige Kacke. Ja. Iridium. Looting 3 schon wieder. Muss dringend eine Hacke machen anfeind. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hallöchen. Dir geht es nicht so gut, wa? Wow. Was hier alles drin ist. Kurs auf Vanishing. Wollen wir uns denn aufpassen? Regen Potion. Jesus. Das ist ein paar Mal mitnehmen. Der Lot ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Das wäre schon ganz wichtig. We find the psy. Eisen, Aluminium. Das kann erstmal alles hier bleiben. Noch mehr Kuchen. Kuchen. Oh je. Compressed Iron. Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Drug Lover. Wow. Aber ich weiß trotzdem, dass hier irgendwo verstecken sich die Spawner. Spawner. Wollen wir wo? Oh oh. Nun denn. Was gibt es hier oben noch? Hier oben gibt es nichts. Okay. Das, was ich machen könnte, da müsste nur ihr mir sagen, ob mir das gefällt oder nicht, wäre zum einen, ich bin gerade im, ne, bin ich nicht. Wir können den Ladenmodus wieder anmachen, Cheat, und dann, ähm, die Waypoints. Das würde mir sehr gefallen. Das würde mir sehr viel, ähm, Shift 2, sehr viel Zeit ersparen. Zeit ersparen ist es immer gut. Deswegen machen wir einmal, ähm, ne. Oblan. Zack, zack. Dann machen wir es so. Oh nein. Oh Gott. Okay. Mhm. Jetzt muss ich sowieso, ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, ziemlich im Hintern. Home Tidpot. Das meine ich. Okay. Gut. Platt Moon. Oh, eben, ja, das laden lassen. Alter Schwede. So, und dann wird es Zeit um, ich bin so froh um die Crate, die ich irgendwo gesteckt habe. Da. Nice. Die Crate, wie war die nochmal zu craften? Die war doch, ähm, gar nicht so doll. Warum? Neu-Replate, das war das Problem. Hab ich nicht so genau Neu-Replate? Oh, die hab ich, glaube ich, ne, da, zwei Stück. Das heißt, wir, oh, wir können Crates bauen. Das gefällt mir. Inori Crystals. Oh, nice. Ich möchte die erste hier packen und direkt mal den ganzen Mist in einen. Das und das. Ja, dafür ist alles gerade kein Platz. Den ganzen Quatsch. Da kommen die ganzen Viechers. Noch Platz. Nein. Wow. Es ist der Wahnsinn, wie hier einfach alles voll ist mit Krams. Komm sofort, Monster. Ich komm sofort. Lass mich irgendwie zu Ende machen. Noch nicht? Ja. Hallöchen. Hab ich Platz? Ich hab Platz. Kuckuck. Nee. Au. Die Blutmutter kann ich eh nicht überschlafen. Au. Du kleiner Mieter. Bisschen Schwert leveln. Es tut mir leid für die Lautstärke, aber so ist es halt. Au. Zu doof. Ich hab meine Hose kaputt gemacht. Nee, Explosive Ever hab ich Angst vor. Nachher macht er mir ein Loch. Wow, es sind viele. Viel zu viele. High-Quality-Content. Au, bist du doof? Bist du doof? Hm? Aha. Was ist das denn schon wieder? Au. Au. Gattchen. Ähm. Haben wir noch was zu essen da? Das ist wieder gut. Nein, das ist nicht. Okay. Spass auf. Nicht so auf die Pelloten, ja? Nein! Fuck. Oh. Was war das denn für ein Creeper? War das ein normaler Creeper? Der ist doch schnell explodiert. Why? Warum tut er mir das an? Na gut. Ähm. Dann bleibt nur noch gerade die... Das ist ja gut gelaufen. Ach, ist da wartet. Scheiß drauf. Okay, was gab's? Wir haben eine Lootback. Immerhin. Ach, dann haben wir eine Lootback zu öffnen, ne? Wow, Magenese. Magenese. Mhm. Na gut, dann eben nichts. Monster Loot, Massenweise. Yeah. Ähm. Da. Oh, ich bin gespannt, was drin ist. Boom. Pirothian aus mir und ein Hühnchen. Hm. Immerhin kann ich jetzt auch die Platten dazu tun. Mhm. So, mehr Silikon. Silikon, Entschuldigung. So, und das Baumgedönse war Baum, ne? Macht Sinn. Yes. Ähm. So, die, ähm, Krate, nee, wie hieß das? Barrel? Doch, Krate. Krate. Krate, Krate. Wo sind meine ganzen Millionen Sticks und warum sind die Fiefer so gut? Stickies. Stickies, Stickies, Stickies. Hello? Hello, Stickies. Stickies, Stickie. Irgendwie sind die weg. Na gut. Davon brauche ich wie viele? Eins, zwei, drei, vier, acht, neun. Okay. Mehr Sticks. Okay, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eigentlich brauche ich noch mehr davon. Soll ich direkt die volle Kanne machen und direkt zwei? Ja, ne? Ich glaube schon. Kann ich da irgendwie vier Sticks draus machen? Nope. Ja, auch wieder mit Säge. Gut, dann machen wir eine Bronze-Säge. Eine Bronze ist hier oben. Das brauchst du. Okay. 500? Ja, okay. Nice. Okay, weitermachen. Jetzt fängt das wieder an. Okay. Warte, hab ich gesagt? Äh, 18. Nice. So, zwei davon. Boom, boom. Yay. Oh, das ist mal guter, guter Stoff. Stoff. Äh, guter Lagerplatz. Mhm. So, ähm. Wie meine ich dann clever ist? Ich weiß noch nicht. Die machen mir hier ganz rappelig gerade, ehrlich gesagt. Oh Gott, Leute. Holy fuck. Okay. Dann umräumen muss ich eh nochmal. Ach ja, genau. Wir können auch so einen Obsidian und einen Flint mal eben unsere Picke upgraden. Äh, Flint habe ich. Buh, da, 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 da. Hm. Oh, ist mein Flintin. Flintin, Flintin. Kann auch Flint, glaube ich, herstellen mit Rubble, glaube ich. Da brauche ich drauf assisten, ne? Oder wir gucken, ob wir Flint haben. Drüber aber einen T drücken. Ah, ja. Okay. Dann brauchen wir genau das Sharpening Kit. Bup. Bup. Fuck. Eine Picke mit einem Sharpening Kit und Flint. Gibt das ein Ding ins Modifier runter? Nö, nicht immer das. Fortified, Mining Level, Kobalt. Boom. Nice. So, das haben wir. So, wie gesagt, ich... Vielleicht eine Essenskiste austauschen hier. So eine Kupperkiste in dem Falle. Ich glaube, ja. Du nicht, aber du. Ich habe die Gegend geflogen hier. Klink, klink, klink. Klink, klink. Hinter geflogen. Alles raus. Ich hoffe doch. So, sie verbrennen schon. Das ist gut. Oh je, oh je. Gut, Monstershit werde ich auch damit ersetzen. Vielleicht Monstershit lieber hier oben hin. Weil da muss ich nämlich nicht so oft dran. Erstmal kurz alles dahin. Was gerade nicht nörgelfest ist. Habe ich alles? Habe ich alles? Kannst du schon rumfuddeln? Ne, ne? Okay. Okay. Draußen mal ganz kurz die Schadenskontrolle. Hallo? Au. Oh, oh. Ja. Hupsassa. Hupsassa. Das war so nicht geplant. Upsi Daisy. Oh, kurz entlegen, 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 entlegen. Danke. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Hm. Der ist so schnell. Shit. Ah. Herjemini. Hier geht manchmal alles drunter und drüber. Wir haben auch noch Laden offen und es wird nicht gedingswumst. Wir spawnen. Häh. So, diesmal mit. Unverstand. Warum hängt der immer noch draußen? Darf ich jetzt bitte meine Sachen wieder haben? So. Jetzt ganz unvoll. Und oh Gott. Mhm. Mist. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Oh, shit. Au. Der hat ein Pferd. Das ist voll unfair. Dann müssen wir jetzt zurückschießen irgendwie. Ähm. Nur was zu essen. Sowas in der Art. I'm not amused. Normale Pfeile. Jetzt wird's so gut geschossen. Wo ist er hin? Brenn. In der Hölle. What? Nein. Nein. Fuck you. Dann müssen wir mein Zeug wieder haben. Danke. Meine Güte. Das gibt es gar nicht hier. Okay. Okay. Alle beruhigen sich wieder. Es ist nichts passiert. Keine Panik. Nach Hause. Ab ins Bett. Und morgen wird aufgeräumt. Shit. Okay. Also, ich brauche neues Dirt. Und keine Krümmel auf meinem Mauspad. Jesus. Hier. Dirt. Und vielleicht sogar ein bisschen Stein. Kein Cobblestone, sondern irgendein Stone. Yeah. Mhm. So, das ist halbwegs wieder hergerichtet. Hier ist noch ein Riesenlöchle. Etwas Creeper-sicherer machen. Stein ist nicht ganz so schnell weggefetzt wie Dirt. Das war ja ein Abenteuer, Mensch. Ich bin auch gar nicht fertig eigentlich. Mit meinem Aufräumen. Ah, egal. Ich sollte auf jeden Fall vielleicht noch einen Bogen, generell, also den Bogen mitnehmen. Dann haben wir mehr Chancen, wenn jetzt nochmal so ein komischer Viecher kommt. Ah. Okay. Okay. Hier ist wieder alles. Bis auf den Zaun. Alles wieder gut. Ja, ich war noch am Umräumen eigentlich. Ich wollte... Nee, den brauch ich nicht. Monster Drops sollten hier oben hin. Ich hab ein gutes Schild bekommen. Okay. Gut, gut. Gut, gut. So, dann kommt jetzt der ganze Rest wieder zurück. Yay. Und zwar... Äh... Äh... Da. Besten hier hin. Umgewöhnen. Aber es wird schon. So. Alles näher am Crafting-Tisch. Können wir da nochmal vielleicht einen nach oben setzen. Dann haben wir das ganze Zeug direkt da dran. Glaube ich. Aber komm schon. So, ein bisschen aufräumen zwischendurch muss auch sein. Dann müsst ihr mit mir durch. So. Jetzt haben wir... Das Zeug. Monster Drops. Ähm... Das kann man bei Gelegenheit auch mal rüber. Aber nicht jetzt. Jetzt, ähm... Ja. Die neue Essenstruhe. Essenstruhe. Mhm, 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 mhm. Der Rest kommt erstmal hier rein. Du kommst mit. Du bist weggeworfen. Das geht zum Glück direkt weg, wenn man es wirft. Eisenschaufel. Braucht eigentlich auch kein Mensch. Haben wir noch eine Eisenschaufel gerade hier? Ich hätte doch eine noch unterwegs gefunden. Naja, genau. Hier noch ausräumen. So. Das kommt hier hin. Essenstruhe. Das glaube ich auch erstmal. Zwei Hard Drops. Der Anvil. So. Ich packe das erstmal zum Monster Drops. Das auch. Slime. Das ist das wichtigste Zeug. Kann ich dich einschmelzen? Ja. Ich glaube, dich habe ich schon mal eingeschmolfen. Ja, nice. Bist du an? Du bist nicht an. Ist nicht schlimm. Ein Buch. Sehr schön. Ich komme das erstmal auch hier hin. So. Du bist leer. Nein. Noch eine Limone. Daraus wollte ich einen Baum machen. Aber es fehlt glaube ich eine, oder? Kann ich auch überhaupt noch einen Baum draus machen? Ja. Ich brauche drei dafür. Okay. 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 Hm. Nicht schlimm. Passt schon so. So. Was nehme ich noch mit? Das und das. Aha. Mehr wird ich sicherlich noch finden können. Kurz. Was für einen hohlen Zahn. So. Kurz die Death Points wieder entfernen. Die nerven nämlich wie Sau. Remove. 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 Okay. Oh nein. Ich habe wieder irgendwas gedrückt. Ach shit. Was? K. Ja. Gut. Dann. Shift 2. Okay. Okay. Ich werde nochmal reingucken. Weil ich weiß, dass es noch Sachen zu holen gibt. Hallo? Hallo? Die Frage ist nur, wo waren die? Ich glaube, die sind hier irgendwo dran versteckt. Die Spawner. Da unten drunter. Kann das sein? Ja. Spawner 1. Wie weit waren die auseinander? Das ist ein Edelticken. Da ist noch einer. Ja. Vielleicht noch einer. Sieht nicht so aus. Okay. Gibt es hier noch was zu holen? Ich glaube, hier unten nicht, oder? Doch. Die Kisten. Genau. Der Rest der Kisten. Mhm. Spawner. Ich lasse das hier. Die lustigen Runen auch. Das bleibt hier. Die Fett braucht man nicht. Das ist das. Ansonsten können wir immer noch wiederkommen, das Ganze holen. Falls wir es wirklich dringend brauchen sollten. Nicht so, als wenn es für immer verloren wäre. Hallo, Hühnchen. So. Sonst noch irgendwas Wichtiges hier drin gewesen? Kann ich den Pfeil jetzt auch mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Dann. Genau. Haben wir hier noch was zu tun? Und zwar... Wo war es gewesen? Gar nicht so weit weg. Dort. Falsche Richtung. In die Richtung. Hui. Da ist nämlich noch ein Drachenberg. Und... Dementsprechend... Loot. Wo war es gewesen? Da irgendwo. Schnee. Genau. Hinterm Schnee. War der erste Schnee, den ich gesehen hatte. Deswegen habe ich mich direkt da hoch gebuddelt. Um Schnee zu sammeln. Für Rezepte, die wir noch brauchen werden. Ich hatte doch irgendein Rezept gesehen, wo wir unbedingt Schnee brauchten. Deswegen habe ich da. Und wenn wir das mal greifen, wie schön. Da ist der Drache. Komischer Fluss hier. Oder? Oder? Wo ist der Berg? Da. Hinterm Schnee. Okay. Da sieht man ihn schon. Der schwarze Berg mit den Goldhügelchen. Ach ja, ich habe ein Jump... Jump Boostingsbums. Sollten wir dringend mal testen. Oh! Ah! Autsch. Mhm. Das war ein bisschen eich hart. Ah. Immer schon vorsichtig. Und Kisten, genau, gab es hier auch. Oh, oh, oh. Slack, Slack, Slack. Spawnt der Drache wieder, oder what? Shard Stone. Ähm. Ne? Oh, wow. Stahl. Slime. Rekan. Irgendwas. Manuskript. Für was? Müssen wir hier kurz aufräumen. Slightly hot. Okay. Ähm. Dafür, dass es hier so kalt ist, ist der Stein anscheinend ganz schön warm. So, gut. Warme Füße. Der Rest ist kalt. Ähm. Ja, ja. Äh. Hm. Überlege ich mir noch? Kann man wieder weg? Wow. Jo. Ui. Das ist doch echt praktisch gerade. Ui. Okay. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Wie? So viele Kisten. Das ist ein bisschen hart. Sehr viel Loot. Shard Stone. Ist das auch? Ist das braun? Ui. Okay. Mhm. Okay. Uiuiui. Okay. Uff. Uff. So viel. Alter. Vater, das ist ja der Wahnsinn. Noch krasser als unsere kleine Mini-Smoke-Höhle da, die wir gefunden hatten. Um was zu holen sonst gerade. Ne, wir können Burger essen. So. Ja. Also mitkommt. Gut. Stream bleibt hier, Knochen bleibt hier. Der Fisch bleibt hier. Das kommt mit. Die kommen mit. Das kommt mit. Metallum. Es wird schon wieder dunkel. Okay. Schnell schlafe ich. Schlafe ich. So, weil ich ständig Unterbrechungen heute dabei habe, machen wir heute eine extra lange Notfolge, sage ich mal. Weil so langsam nervt es. Okay. Okay. Da sage ich garantiert nicht nein. Was war jetzt dieses Manuskript? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Was tun wir damit machen? Bestiary. Ice and Fire. Irgendwas mit Drachen. Introduction. Oh, cool. Sieht interessant aus. Würde ich gerne mitnehmen. Dann lassen wir das da. Das lassen wir da. Das sollte man zusammencraften. Ein Stick bleibt hier. Das bleibt hier. Welches Metallum mitnehmen? Eigentlich ja, weil es ist... Huf. Huf. So viel Gold. Meine Güte. Platz. Ja. Netherquartz. Endlich. Soulbound. Praktisch. Inside Soulbound 3. Soulbound 2. Oh oh. Oh oh. Ich habe gerade gemerkt, dass ich seinen Scheiß klauen. Wupsi. Ah 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 ah. Ah, ich habe... Ich habe Gold verloren. No. Muss ich hier reintun. Was essen? Das Buch kann man... Äh, das Buch kann man essen. Das Brot kann man essen. Okay. Nicht die guten Gold-Nuggets. Mach, mach, mach. Wo ist er hin? Die verschwinden immer... Ach nee, das ist wieder weggeflogen. Ich glaube, die sind einfach so schnell. So schnell. Mensch. So, hier hatte ich sonst gerade nichts mehr, ne? Na gut, dann... War es das erstmal? Äh, ansonsten... Shift 2 könnte man noch machen. Aber wir gehen erstmal nach Hause. Und dann Shift 2. Home. Ganz kurz aufräumen, weil... Mein Gott, habe ich viel Scheiß dabei. Jep jep. Das alles rein da. Schwuppidi wuppidi. Das ist mehr so... Ich packe es erstmal irgendwo hin, weil ich echt sonst nicht weiß, wohin damit. Das ist mehr Monster Drop. So kommt es da hin. Das ist alles leckeres Essen. Das darf bleiben. Das kommt hier hin. So. Nein. Monster Drop. Krimskams. Und das auch. Okay. Den Satchel habe ich übrigens geupgradet, indem ich Inva und Zinn-Ingets genommen habe. Ähm, Nuggets. Weil Inva hat mehr bekommen gehabt. Deswegen konnte ich es direkt umwandeln. Hatte ich nicht noch sogar... Warte mal. Das nächste wäre... Elektrum. Habe ich Elektrum gerade zufällig da? Pickel, Goldplatte, Refined, irgendwas. Wir könnten aber Elektrum eben kurz machen. Äh, Silber, Gold. Schwupp. Das würde mir sehr gefallen. Und ein Redstone. So. So. Da kommt Elektrum, ein Eisen. Sehr gut. So. Elektrum und Inva-Ingets. Äh, Nuggets. Inva, Inva, Inva. Wo war das? Inva. Stil. Inva. Dann. Habe ich wieder eine Reihe mehr? Das wäre super. Fertig. Ja. Wie gesagt, heute eine extra lange Folge, weil Erkundung und Co. Das war doch ein Megaspaß. Nicht wahr, Freunde? That's true. Wieder eine Reihe mehr. Juhu. Viel besser. Oh, halt. Du bleibst hier. Natürlich. Du hast zu Ende gegossen. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt zum Schiff Nummer 1. Schiff 1. Hallöchen. Hui. Yeah. So. Wie schaut es hier aus? Wir können das wohl jetzt mal so hinsetzen. Dann sehen wir, wo wir kommen. Mmh. Mmh. Cover me with diamonds. Oh. Nice. Hohoho. Emeralds. Auch sehr nice. Uff. Alles super. So. Das wichtige Zeug kommt hier rein. Hast du nicht sogar... Nee, du hast keinen Soulbound. Ähm. Bitte? Mhm. Gibt es ja ein Chicken? Nein. Gibt kein Chicken diesmal. Aber neun Envil. Wuhu. Uh. Arrow of Poison. Water Buckets. Das sind wieder nur Deco. Welcher Hund ist denn hier so angerufen? Powder Donut. Mh. Lecker. So. Äh. Das war das. Du bist auch wieder nur... Die Slaps und Stairs. Auf jeden Fall. Aha. Das bleibt hier. Mhm. So. Wow. Viel Stuff. Viel, viel Stuff. Viel, viel Essen vor allem. Oh Gott. Der arme Hund. Oh, guck mal eine an. Ah. Oh. Guck mal, wir haben Schätze verpasst. Ist ja interessant, dass hier nichts respawnt. Das ist ja schon ein Wunder ein bisschen. Goldblöcke. Uh. Gibt es noch mehr Goldblöcke? Ah, nein. Sehr cool. Sollten wir uns vielleicht merken, ist hier oben vielleicht sogar noch was? War ich noch gar nicht gewesen. Hier ist Stille vor allem, ey. Uff. Oh nein, leider nicht. Kann man schön weit gucken. Ui. Oh, wow. Okay. Ein Airship. Das ist ein Vulkan. Ein Vulkan habe ich schon gesehen. Aber das Airship noch nicht. Cool. Oh, gibt es eigentlich echte Airships? Das wäre saukool. Das wäre super. Ach genau, da hinten hat er noch einen Schatz. Stimmt, stimmt, stimmt. Noch ein Goldblock? Oh yeah. Noch mehr Platten, noch mehr alles. Noch mehr Creeper Wings? Schatten ist fünf. Cool. Noch mehr Inva. Sehr gut. Erst die untere zu Ende. Das kommt weg. So, die Spawner Shards. Die werde ich, glaube ich, niemals brauchen, wirklich. Spawner Changer. Vier Stück davon. Bis dahin werden wir noch einige von denen sicherlich gefunden haben. Die kann man in Eisen brennen. Okay. Schon wieder anders überlegt. Das ja, das nein. Das bleibt alles wieder da. Meine Güte. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Wieswax. Scheiß drauf. Brot, ja. Okay. Das muss genügen. Für jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt mal endlich alles durch. Vielleicht. Vielleicht. Warte mal, was ist denn Quarz? Quarz, Stairs und Co.? Kann ich daraus irgendwas machen? Ich kann sie pulverisieren. Wäre eine Idee. Weil, wie gesagt, der Pulverizer kommt als nächstes am liebsten. Dann. Ich werde nicht Schadens auf meinem Schwert haben. Darum geht es mir gerade. Darum geht es. Ein Quarzblock haben wir sogar. Die müssen aber auch pulverisieren, sonst kriegen wir das Quarz dann nicht raus. So. Okay. Ich würde sagen, das war doch schon mal gar nicht mal so unerfolgreich. Nächste Folge geht es dann wieder weiter mit mehr Technik, beziehungsweise Progress. Progress, Progress. So. Hauen wir rein weg. Yeah. Okay. So viel Futter. Das ist gut. Gerne wieder zusammenräumen hier. Okay. Die tue ich erstmal hier dazu, weil sie da irgendwie halb dazu gehören. Hier ist auch bald kein Platz mehr. Oh, so viel Zeugs. Mhm, 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 mhm. Na gut. Packen wir das auch erstmal hier rein. Wenn kein Platz ist, dann kommt es halt hier rein. So, was mache ich damit? Da kann man, glaube ich, so nicht reingucken, ne? Doch, kann man wohl. Okay. Können wir mal auf die Seite stellen und vielleicht irgendwas drin lagern. Vielleicht ein paar Seeds draußen. Tun die sich verbinden mit dem Zaun? Nein. Sieht trotzdem cool aus. Gut. Ich würde sagen, ich räume inzwischen die Folge noch ein bisschen auf. Holy moly. Und wir sind in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder weiter mit Technik machen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.